fast live aus los angeles und münchen der e3 videocast ja hallo werte gamers global user oder auch youtube-gucker wir machen jetzt das e3 fazit video die beiden außenreporter benjamin und christoph sind wieder in münchen gelandet schon am wann eigentlich freitag abend ja ziemliche tortur fünf eng getaktete tage ab sonntag ging schon los bis donnerstag von der messe direkt zum flughafen zurück jetzt seid ihr wieder da und mich interessierten wahrscheinlich auch die user wie fandet ihr denn jetzt die diesjährige 3 ganz ehrlich es war die beste e3 seit langem finde ich und in den letzten drei jahren war ich auch jedes mal jetzt ja da und auf jeden fall die beste selbst besser als die auf der die xbox one und die ps4 vorgestellt wurden und das liegt vor allem daran dass wirklich viele spiele gezeigt wurden das war halt vor zwei jahren noch nicht der fall da wurde halt nur über die konsolen geredet und was sie für einschränkungen haben im falle der xbox one und dieses mal wurden richtig schön viele spiele gezeigt ja das war ein bisschen mein eindruck aus der ferne aber ich habe hier einen sehr kritischen kollegen neben mir sitzen der uns jetzt was ganz anderes sagen wird vielleicht also da kann ich mich eigentlich nur anschließen an das positive urteil das fing schon mit sehr guten aufschluss reichen pk's an die bestesse pk die zudem auch besser organisiert war als die von den publikern die es jedes jahr machen die zeigen wie man sich organisiert auch wenn ich das minimale flackern ab und zu beim bildschirm gewesen wäre dann wäre so muss man fast schon so sagen perfekt gewesen aber das beste an der e3 war nicht nur dass er viele spiele gezeigt habe viele spiele hatten auch letztes jahr aber dieses jahr gab es wirklich richtig viele hands ons das hat man in den vergangenen jahren in dem umfang auf jeden fall nicht das wird man auch bei unserer top ten liste die wir uns natürlich überlegt haben es ist sogar bei e3 2015 sogar ein top 15 geworden entscheidungsschwaches volk eben wird man das merken dass viele titel wirklich auch gespielt waren bzw werden ein paar mal explizit sagen das war nur ein trailer wo wir halt großes erwarten uns darauf freuen und das war durchaus schon anders in den letzten jahren wo man sich auch teilweise schon gefragt hat warum macht man sich den ganzen aufwand wenn man sich auch im live feed oder in einem gameplay trailer hätte angucken können ja zumindest aus der fernes schien es so als sei wie ein großes thema also virtual reality oculus und wie sie alle heißen wie war denn das vor ort hat man da schon die ganzen spiele teilweise mit vr brille ausprobieren können oder waren es doch eher so einzelne stände oder mal hier die rift picker also es waren eher schon einzelne stände und wenn dann waren es auch eher normale also wirklich tech demos in meinem fall habe ich ja die samsung vr ausprobieren können und die morpheus die haben mich beide sehr positiv überrascht und benjamin hatte noch wie war der eindruck auf der messe war das die virtual reality messe oder war im prinzip war das wie eine neue plattform oder war das halt wie ein produkt von dem es mehrere varianten unterschiedlicher hersteller gab es ist würde ich sagen auf jeden fall in der wahrnehmung nach außen größer rübergekommen als es tatsächlich war man muss halt einfach auch sagen dass die top spiele die die leute interessieren haben mit vr dann im regelfall überhaupt nichts am hals ich meine sind auch bekanntere sachen drüber aber auch so ein lied ist ja auch ihren freak thema sage ich jetzt mal klar die stände waren sehr gefragt da war massig viel los besonders natürlich bei oculus und so weiter selbst aber es ist doch wenn man so will eher ein rand thema weil es gibt halt weiterhin eigentlich nur vielversprechende demos aber ein richtiges spiel gerade gibt es halt gerade bei morpheus wurden ja eins zwei spiele angekündigt das waren so typische casho technik demo spiele die aber wohl wirklich rauskommen aber so also aus meiner sicht so auf dem level von den move spielen damals die hat man halt wegen der hardware gemacht aber so wenn es die hardware nicht gäbe würde kein mensch das freiwillig spielen wollen und natürlich htc vive war nicht auf der messe zumindest vielleicht in irgendwelchen hinterzimmern das kann schon sein jedenfalls haben wir es dort nicht gesehen und das ist natürlich ein wichtiger mitbewerber der auch als erstes noch vor der oculus rift noch dieses jahr kommen soll insoweit war da das bild auch nicht ganz komplett aber zur gamescon soll die vive ausprobierbar sein ja sonst so ihr habt wirklich einen super job gemacht man hat das gefühl gehabt ihr habt ständig getwittert mit der einen hand während ihr mit der anderen fotos eingebaut habt in irgendwelche galerien dann wolltet ihr unbedingt noch um mitternacht immer podcasten mit mir oder video pasten war es stressiger als sonst oder habt ihr einfach irgendwie effizienter hingekriegt weil ich sehr viel gestemmt dieses jahr also stressiger als letzten zwei jahre würde ich nicht sagen man weiß halt vorher was einer warte das ist leider nicht so man fliegt dahin und spielt halt drei tage lang die aktuellsten oder die kommenden spiele an und hat drei tage spaß es zeigt wirklich das rumrennen was das was außen oft nicht rüberkommt wenn man nur die berichte liest das ist schon ein stress pur der drei tage sind letztendlich fünf tage inklusive zwei pk tage die ist man halt nur unterwegs ja oder dann gehst du auf dieses luminaries mittagessen und muss erst mal 20 minuten durch die hitze laufen in los angeles weil das halt dann doch auch wenn es nahe ist prinzipiell sind halt 20 minuten fußmarsch versucht mal eine normale innerstädtische amerikanische straße ohne ampel zum beispiel zu bekommen das geht schlicht nicht dann muss man warten oder taxi bringt bringt auch nichts weil es dauert im zweifel sogar 20 minuten bis der sich dann irgendwo gedreht hat und so weiter ja aber das also von hier aus hat es einen super eindruck gemacht ich war auch traut mich da zu sein aber jetzt kommen wir natürlich zu dem eigentlichen kernpunkt dieses fazit videos was waren denn eure unsere gamers global top 15 spiele der messe und wir fangen von hinten an mit worauf haben uns eingelassen ja platz 15 das ist an revel das wurde auf der ea pk erstmals vorgestellt ja man könnte böse seins sagen noch ein weiterer puzzle plattform aber es hat eine super zuckersüße grafik allein wegen diesem roten figürchen das irgendwie an so ein kleines teufelchen erinnert und dass ein faden so verliert ja ja genau das löst sich auch wieder damals sagt es löst sich halt auf und das bringt wirklich einen großen gameplay knifft da rein weil man mit diesem faden man kann immer diesen faden zurücklaufen man kann also nie irgendwie sich verlieren und man kann den faden auch an einzelnen punkten aufknoten und dann für brücken oder jahre oder so haben wir ja genau als lasso irgendwo hinschwingen hinhängen und dann darüber im nächsten bereich schwingen ja macht einen super eindruck ja auf der anderen seite man muss mal sehen und es sieht super schön aus aber man kann sowas in der demo auch spannender aussehen lassen ob es dann viel konnte ich konnte spielen ich habe es ja auch 20 min gespielt und das machte wirklich einen sehr guten eindruck ja trotzdem bleibt die frage wird ja natürlich muss halt über die gesamte spielzeit auch hier das spiel ja ja dann haben wir platz 14 ja da haben wir uns für vorhin entschieden von ubisoft weil eine neue ankündigung auf der messe das ist ja schwert kampf simulation wäre wahrscheinlich zu viel gesagt aber doch eher ein taktisch geprägter taktisch geprägtes schwert kampf spiel mit rittern samurai und wikingern wobei wir jetzt das wusste ich gar nicht samurai auch samurai sind auch dabei allerdings war auf der messe jetzt wo wir halt den multiplayer modus 4 gegen 4 gespielt haben waren beide seiten mit den normalen rittern ausgestattet okay also das hat auch für mich auf jeden fall wirklich vielversprechenden eindruck gemacht also man macht das so wenn ich dir glauben kann halt auf der ebene des des zuschlags und abwehrens macht man halt mehr im detail als das bei normalen haut auf action spieler fall ja man muss halt einfach noch eine richtungsangabe mit dazu geben also sowohl eben welche richtung man schlägt und das sieht dann auch der gegner dann kurz die einblendung bekommt und dann eben die möglichkeit hat indem man die richtige richtung drückt dann den schlag abzuwehren und was ist der sinn hinter diesen samurai wikinger und rittern ist das eine asga die besten aller zeiten treffen sich weltuntergangs geschichte also ehrlich gesagt bin ich mir ganz so sicher ob das ding am ende überhaupt eine story hat aber ja selbst wenn das so ist irgendwie werden sie es schon erklären vielleicht ist ja auch irgendwie ein parallel universum in dem alles fröhlich zusammen hauptsache man kein blutig gegner nein aber es sind zumindest ja so blutig ist es gar nicht ja aber sind es halt schon drei spannende fraktionen wobei die wikinger und die samurai im zweifel eher spannender sind als die ritter die wir gespielt haben dann kommen wir zu platz 13 ja da hatten wir den guten hitman genommen hitman hört sich an als wenn es um ein reboot ging aber die entwickler sagen natürlich nein es ist kein reboot sondern wir wollten ein spiel machen das das beste aus 15 jahren hitman in sich vereint also im prinzip kann man sagen sie rudern massiv zurück was absolution angeht da sind wir in vielerlei hinsicht neue richtung gegangen das heißt wir wollen jetzt wieder größere levels machen wie zum beispiel in hitman 2 und die spielerischen freiheiten betonen aber sie haben halt auch ein paar wirklich schöne neue nette ideen dass einfach die npcs in den levels auch viel interaktiver sind dass die ihre kleinen stories zu erzählen haben und man ihnen folgen kann um auf hinweise zu stoßen wie man das ziel dann aus dem weg schaffen kann und das hat auf mich wirklich einen guten eindruck gemacht im übrigen auch die glacia engine die selbst entwickelte in der neuesten generation das war schon sehr ordentlich aus platz 12 ja das habe ich auch spielen dürfen das war mir was echt kette list der ja in der geschichte der vorgänger zu mir was echt 1 aber eigentlich ein nachfolger und ja wer mir das 1 mochte der wird dieses spiel auch wieder mögen die große neuerung ist halt dass es jetzt eine open world geben wird und damit kommt halt das rein was mich ja noch ein bisschen am meisten eigentlich zweifeln lässt an der ganzen sache und zwar wie wollen sie diese open world füllen ich durfte halt mehrere nebenmissionen spielen aber das waren wirklich ganz simple sachen wie time trials und einen rucksack irgendwo abgeben und dabei ein paar gegner bekämpfen aber es waren immer so sachen die maximal 60 90 sekunden erledigt waren und wenn das das einzige ist wofür die open world gedacht ist außerhalb der hauptmissionen dann könnte das deutlich zu wenig sein und sie wollten es leider auch nicht sagen ob es wirklich klassische nebenmissionen geben wird die halt dann optional zur hauptstory gelöst werden können aber sonst kann ich da wirklich nicht viel darüber motzen über das spiel es sieht sehr gut aus spielt sich genauso toll wie der erste teil ja ob er sich so toll spielt und so ein tolles spiel war das sei mal dahingestellt aber ich finde es ist mir das katalys ein schöner erfolg trotzdem platz 12 unserer wesentlich von den e3 reportern bestimmten rangliste zu gelangen platz 11 überrascht mich auch wenn ja das hat auch mich selbst überrascht natürlich nicht also ich hatte eine anderthalb stunden termin ja bei warner und hat letztlich dann noch auf das zweite lego spiel verzichtet mir nur der menschens angeguckt und mad max tatsächlich so um die 40 minuten auf der mensch gespielt weil es mir gefallen hat weil es mir einfach wirklich gefallen hat und das hatte ich nicht erwartet das ist so ein bisschen wie beim film keine story wahrscheinlich aber sehr unterhaltsam und das möchte ich gerne spielen und es ist ja nicht bloßen kill möglichst blutig alle sondern es ist kill möglichst blutig alle aber sicher dir auch einen gescheiten fahrbaren untersatz den du upgraden kannst bau dir waffen zusammen acht auf deine ausrüstung so ein bisschen also es ist schon auch wirklich geht in eine open world richtung die nicht nur als alibi da ist genau es ist ein open world spiel und zumindest so weit man das eben nach 40 minuten hands-on dann eben sagen kann das wirkt auf mich sehr motivierend also ich habe schon bock meine kiste auszubauen dann eine der überraschungen auch das eigentlich ein trend auf der messe sieht man es auch ein bisschen unserer top 15 es gab durchaus ein paar überraschungen mit denen man so nicht gerechnet hatte last guardian zum beispiel wird jetzt endlich gemacht in ps3 gedächtnis grafik ist doch nicht in der liste dafür schon mal verraten horizon zero dawn wer hat es gespielt gespielt hat es keiner von uns ich habe mir eine erweiterte präsentation bei guaria games angeschaut das sind halt die killzone macher und ja wie schon auf der pk hinterlässt es einen richtig tollen eindruck ist es seit einer open world in der man mit dieser alloy wie sie heißt maschinenjägerin auf die jagd nach dinosaurien aber maschinen dinosaurier geht wird alles ein bisschen konfus am anfang weil das spielt für 1000 jahren nach einer apokalypse und wo kommen auf einmal die maschinen her das soll wohl geklärt werden das wissen im moment noch nicht ja gut also sind wir hier im kindergarten oder kann man sich die nur nach 15 story nicht aus drei passelstücken zusammen bauen die da heißt erstens selbst denkende maschinen die sich reproduzieren können zweitens wir haben die maschine nicht mehr im griff drittens die welt geht unter aber ein paar menschen haben überlebt und sonst jetzt richten das ist die hintergrund geschichte welt exklusiv mit einer 95 prozentigen wahrscheinlichkeit im detail zum treffen enthüllt hier bei gamers global aber guter eindruck ja auch spielerisch scheint also macht es einen guten eindruck es kombiniert action mit schleichen also man kann sich an die dinosaurier her den rand schleichen und wenn es dann zu kämpfen kommt dann geht es auch richtig ab das konnte man auch in der präsentation schon sehen gegen diesen terex ähnlichen riesengegner da das geht dann schon ordentlich ab und man muss dann auch wirklich mit diesen einzelnen munitionsarten die man hat gegen rüstung und elektro pfeile ja generell gut gegen maschinen sind da muss man häufig hin und her switchen das macht einen guten eindruck ja platz neun hier muss man sich fragen hat das mitleid mit einem bestimmten hersteller eine rolle gespielt dass das auftaucht oder was ist deine rechtfertigung christoph ja das ist starfox 0 für die wii u und nein das hat es spaß gemacht wirklich also die demo die ich hatte die hat ja mehrere spielelemente gezeigt erst mal eine beschützer mission dann in einem relativ freien areal gegen mehrere gegner gleichzeitig kämpfen und am schluss im bosskampf und es besinnt sich gut auf die alten starfox spiele und das macht es wirklich gut also ich meine klar dass sich die leute bei die grafik ein bisschen aufregen man darf es halt absolut nicht mit den aktuellen konsolen vergleichen aber für eine grafik finde ich das gar nicht so schlecht das einzige was ich kritisiere das wurde mir zwar wiederum in kommentaren zu meinem angespielt vorgeworfen die steuerung dass die ja so wäre wie in alten starfox aber ich meine damals gab es keinen zweiten stick um so ein raumschiff zu steuern heute geht das und dann kann man sich auch mit sowas anpassen da muss man sich nur unnötig vom link machen nur weil es damals so war ja ja platz acht ist insoweit eine besonderheit als du deinen termin im prinzip nur im vorbeilaufen mal kurz auf dem monitor schielend erledigen konnte es aus zeitgründen aber eh nicht qualifiziert gewesen wärst das aber glaube ich in die liste reingehört habe ich mir halt was es so an gameplay material und demos angab im netz angeguckt und sage etwas dazu unser einziger strategie spieltitel in der liste auf platz acht ist excom 2 und das macht einen hervorragenden eindruck es ist quasi die fortsetzung der geschichte was wäre wenn x kommt also diese geselle die 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 ja elite truppe die die ehre verteidigt hat im enemy unknown wenn die verloren hätte und darum ist jetzt die welt nämlich von den bösen aliens übernommen die haben mal kurz gleich eine diktatur gegründet namens advent machen viel propaganda haben auch menschliche helfer keine kriminalität mehr alles ist gut aber du musst halt funktionieren und darfst nicht aufmucken und im prinzip hat sich jetzt insoweit ein bisschen gedreht dass man als neue xcom mehr so ein rebellenhaufen ist und im prinzip seinerseits als angreifer auf den karten ist sonst war man ja immer musste man irgendwie da rein um die aliens abzuwehren man hat natürlich auch angegriffen um abgeschossenen ufo zu plündern aber jetzt ist man quasi ständig in der rolle des angreifers des saboteurs es gibt auch neue charakterklassen den ranger als nahkämpfer den specialist als ja so den hacker der auch so eine drohne dabei hat mit der er zum beispiel türme umprogrammieren kann abwehrtürme es gibt neue alien truppentypen wie den oder die viper das quasi so eine laufende schlange die dich aber aus 100 metern entfernung so saß zumindest in der gameplay demo aus aus der deckung reißen und dann würgen kann also wirklich macht einen hochinteressanten eindruck man wird viel gegen menschliche gegner kämpfen eben gegen diese advent soldaten da gibt es dann zum beispiel den captain der die anderen bufft oder einen deiner leute markiert die normalen soldaten dann gibt es adventroboter aber auch die aliens werden wieder auftauchen in xcom 2 das diesen november bereits erscheinen soll ich freue mich sehr drauf das war unser platz acht ja und platz sieben ist die einzige echte ausnahme wo wirklich wenn man mal ehrlich ist gar nichts gesehen hat außer einem schönen grafik trailer also nicht mal gameplay oder irgendwas aber das muss einfach in die liste rein nach all den jahren nachdem die retro gamer erst kürzlich im sonderheft noch lang und breit schrieb dass sich die produzenten die die väter der serie nicht vorstellen können dass man das wieder beliebt als echtes remake weil es einfach komplett neu gemacht werden müsste es ist angekündigt worden final fantasy sieben remake das beliebteste final fantasy um cloud und seine truppe mit ja einigen der der legendärsten helden oder auch musikstücke ich erinnere nur an den one winged angel der final fantasy geschichte wird kommen wann weiß man nicht ganz genau was es im detail wird ich meine ich meine es hieß sogar anfang 2000 was anfang ich kann mich echt nicht erinnern ich meine schon da müsste man nochmal nachgucken vielleicht stand auch nur 2016 also das fände ich realistischer aber wie gesagt ein ausdatum gibt es natürlich noch nicht ich freue mich das ja drauf vor allem nachdem die serie in ihren letzten folgen man muss bei 15 noch aufpassen wo es dann hingeht aber sich doch ein bisschen von ihrer kernkompetenz entfernt hat was aber ist auf platz sechs ja da ist natürlich ein rollenspiel das mir persönlich viel mehr zu sagt nämlich dark souls 3 und ja ist das erste dark souls das nicht mehr für 360 und ps3 kommt und das sieht man dem ding auch an also sieht richtig gut aus und stecken auch einige schöne neue ideen drin sind zum beispiel gegner dabei die sich dann im kampf selbst heilen und auch wie die gegner zum beispiel der ritter bearbeitet worden sind was die für neue moves haben und auch die verschiedenen spezialattacken über die man jetzt verfügt die je nach waffe die man trägt gegen uns einsetzen das macht schon sehr guten eindruck und ja das könnte wieder schön fies werden aber wenn ich es richtig kapiere ist es ungefähr so schnell wie blattbohren na es ist irgendwo zwischen dark souls 2 und blattbohren in der geschwindigkeit weil die figur ist auf jeden fall schneller genau weil was mir aus dem szenario bei blattbohren dann doch nicht so gehackt hat war eben dass ich nicht dieses sehr vorsichtige ein schritt vor schild hoch ab warten schlagen was ja bei vielen gegnern zumindest geht konnte ich halt in blattbohren nicht machen du musst es halt immer schnell den nächsten angreifen deine lps oder hit points zurückholen dadurch und so weiter und da hätte ich jetzt bei einem dark souls 3 echt angst wenn das genauso schnell wäre also wie gesagt von der geschwindigkeit her ist es nicht ganz so schnell aber es gibt ja immer noch im gegensatz zu blattbohren die möglichkeit zu blocken und jetzt ist natürlich die frage inwiefern das vorspielen in dem fall das war eine präsentation inwiefern das täuscht weil da war natürlich komplettes interface ausgeblendet und derjenige der davor gespielt hat auch die einrastfunktion nicht benutzt und ähnliche sachen also aber dass man blöd war sondern weil das gut konnte weil es so hübscher aussieht der kamerasteuer und so weiter und wahrscheinlich weil sie auch vielleicht das ein oder andere geheimnis was man daran hätte erkennen können noch nicht preisgeben wollen diese geheimnis krämmerei ok auf platz 6 hätte man auch nicht gedacht vor einigen jahren dass das mal bei gamers club möglich sein würde platz 5 ja es ist rise of the tomb raider das heißt der das zweite reboot nein die fortsetzung des reboots von vor wenigen jahren das jetzt zumindest zunächst mal exklusiv für xbox 360 und xbox one erscheint ja und das scheint genau eben in dieselbe richtung zu gehen sehr story lastig sehr uncharted mäßig zu uncharted mäßig vielleicht das will ich jetzt im moment noch nicht sagen da müsste man mehr vom spiel sehen also mir persönlich kann es ja auch gar nicht zu uncharted sein muss ich jetzt also ich würde könnte auch damit leben wenn es in eine andere richtung ging es ist schließlich eine andere serie aber das hat schon im letzten teil richtig gut funktioniert und spaß gemacht und ich wüsste jetzt nichts was da prinzipiell gegen sprechen würde noch kurz zur zeitlichen einordnung wann spielt rise of the tomb raider also soweit ich weiß ist das sogar eine fortsetzung oder von dem ersten teil weil davor wird wenig sinn machen weil das ist ja wirklich wo sie noch als ganz junge archäologin da strandet also wird sie jetzt quasi zu professionellen grab räuberin weil nichts anderes heißt tomb raider ja platz vier hat eine bewegte geschichte hinter sich also nicht das spiel selbst das ist schlichtweg ein anderes spielen mit science fiction soldaten könnte man sagen wir werden gleich eines besseren belehrt aber es sollte ja eigentlich mal ein dritter teil einer serie sein und davon hat es ja dann quasi nichts mehr ist ein ganz neues spiel wir reden natürlich auf platz vier der gamers global e3 fazitliste von star wars battlefront das habe ich gleich am ersten tag gespielt bin sofort hingelaufen um halt möglichst schnell reinzukommen weil da haben sich auch mit abstand die längsten schlangen gebildet und ja ich habe den entwicklern ja von anfang an nicht so wirklich geglaubt dass es nicht nur ein battlefield mit anderen skins wird nein das wird es nicht wirklich aber man erkennt halt an allen ecken und kanten dass battlefield das grundgerüst ist und das ist auch letztendlich wirklich gut so weil battlefield ist halt einer besten teamshooter und star wars battlefront setzt halt darauf an oder setzt daran an und wirkt halt um einiges arcadiger das halt wirklich star wars thema noch besser reinpasst also wenn man in diesen super sprung damit rein mit dem mann kennst du denn christoph die alten teile also das ist eigentlich nicht sagen wie habe ich nicht gespielt weil die waren schon gar nicht blöd also die waren haben sie auch ein bisschen langsamer gespielt als typische shooter wie es ist battlefield wird auch langsamer als andere shooter es ist es passt vielleicht ganz gut aber nur noch mal zu sagen im prinzip hat sich da die halt eine lizenz geschnappt von lucas arts wo mal ganz andere firmen dran saßen und hat im prinzip jetzt doch im wesentlichen ein spin-off seiner battlefield serie in vorbereitung muss man doch einfach mal sagen ja aber wirklich also star wars ist folgen ganz drin da braucht man keine angst zu haben wenn man star wars fan ist man kriegt star wars da ja 80 80s 80s y wings also das spiel wird ein fest für die die star wars lieben und battlefield lieben ja halt und multiplayer lieben und ja natürlich multiplayer weil also als solist gibt es überhaupt eine solokampagne ich glaube diese mini missionen die kann man auch solo spielen aber die sind auch mehr auf multiplayer aufgelegt wobei das hat schon bei battlefield 1 und 2 nicht funktionieren solos da waren halt da die bots aber eine richtige kampagne gibt es definitiv nicht das finde ich zum beispiel schade ja kommen wir zur top 3 ich meine es sind noch ein paar namen offen und im prinzip kann man jetzt die wesentlichen punkte besetzen na gut also lego dimensions ist nicht dabei verrate ich einfach mal und wir haben uns auch dagegen entschieden und das würde vielleicht auch nicht so hoch landen mit dieser einen erwähnten ausnahme zum beispiel warhammer total war da zu nennen wo es nur eine schlacht ohne interface zu sehen gab überhaupt nichts von einer kampagnen karte das ist noch ein bisschen früh da kommt die zeit vielleicht noch das soll ja auch erst irgendwann 2016 kommen aber jetzt zu unserer top 3 mit platz 3 begonnen natürlich ja das ist der vierte teil von der uncharted serie die ja sowohl spielerisch als auch also es war jetzt auch kein hands-on aber man kennt ja die vorgänger das ist noch mal dasselbe nur noch mal einen zacken action draufgelegt und vor allem das sieht fantastisch aus das ist echt unglaublich es läuft nicht für die für die 60 frames für die schisten die erreicht es nicht und die wird ja auch wie norddeutsch schon fast gesagt bestätigt hat wohl auch dann zum release nicht erreichen können aber mir ist das ehrlich gesagt vollkommen egal das sieht so super aus und das ding heißt ja thieves and mit untertitel ja das scheint so schon vorweg zu nehmen dass du dann entweder drauf gehst oder dich in den wohlverdienten reichen ruhestand auf mallorca mit villa vielleicht gekauft von einem bekannten ehemaligen firmenlenker zurückziehst ja gut aber das hätte man auch in der letzte kreuzzug rein interpretieren können und kam noch ein eine beschissene fortsetzung einige jahre später die man sich auch hätte sparen können ja weiß ich nicht also ich meine ich gehe stark davon aus das nächste spiel was naughty dog dann machen wird das wird wahrscheinlich so einen der last of us 2 sein oder wie auch immer es heißen wird aber wenn das ding erfolgreich ist dann wird da irgendwann auch ein guter teil kommen das heißt übrigens the first of us eine weitere exklusive enthüllung des gamers global oracles ja dann platz 2 christoph das war deus ex mankind divided oder es ist das ist das ist das ist das ist das wird sogar erst noch sein wenn man mal für die kleinen zuseher die futur bildung noch abbilden möchte ja und da könnte ich im grunde genau ausgleich zu sagen wie benjamin es ist noch mal das gleiche nur noch mal eine schippe drauf also es erinnert sehr sehr stark an das human revolution mit neuer grafik engine die wirklich einen richtig genialen eindruck macht also gerade die anfangssequenz die ich gesehen habe in diesem bahnhof von prag die spiegelung und alles und wie belebt das alles wirken wie realistisch belebt das wirkt das ist wirklich klasse und der zweite abschnitt war dann halt eine richtige mission ich habe es nur gesehen das sage ich dazu ja das wirkte halt wirklich wie human revolution mit mehr augmentierungen es gibt jetzt eine nano blade mit der man gegner auf distanz erschießen kann man hat so ein dächer war um über abgründen weg zu kommen das macht alles ein sehr durchdachten eindruck auch die 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 dialoge machen wir einen sehr guten eindruck dass man halt wirklich auf konfrontation gehen kann dass man halt so rum reden kann dass man die leute reden kann das ganze friedlich zu lösen wobei mir da sofort aufgefallen ist da bin ich bin gar nicht nur prozentig sicher dass letzten teil so war wenn man auf eine gesprächsoption geht sieht man sofort unten den ganzen die ganze gesprächszeile vom adams jensen so dass man nicht wie bei richard 3 kommt es oft vor dass ich denke er sagt jetzt dass wenn ich das auswählen er sagt jetzt doch was anderes das wird dann nicht mehr passieren und ich glaube ich glaube das war nicht im vorgänger ich meine ich hatte mir kam es auch nicht glaube ich zu erinnern dass sie einige sachen hatte wo ich das ausgewählt habe und was erstaunt war was ich jetzt angeblich sagen wollte das kostet zwar nicht mehr zeit das kurz zu lesen aber man hat keine bösen überraschungen ist nachher nicht reagiert da ist auch ein titel wo ich mich darauf freue ist allerdings auch erst 2016 oder ja 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 und platz eins trotz rüder enttäuschung als kleines free to play spin-off gerade ist fallout 4 fallout 4 unser spiel der messe warum nachdem der trailer doch zeigt dass bethesda ihre kunden hasst und einfach die alte engine noch schlechter wieder verwertet oder doch nicht ja also doch nicht würde ich sagen wir wissen ja auch zum beispiel noch nicht ob sie diesmal möglicherweise dafür gesorgt haben dass man beim betreten von gebäuden keine ladepausen hat das könnte ja zusätzlich auch noch erklären warum man die welt jetzt vielleicht nicht unbedingt so super mega next gen mäßig gestalten kann aber man sieht die unterschiede auf jeden fall direkt also allein wenn man sich die uniformen anguckt was sie für eine struktur haben dass sie für eine textur auflösung haben und das sind für so ein spiel auch die wichtigen stellen wo die grafik passen muss und vor allem der detailgrad der spielwelt und zumindest nach dem was man bisher sehen konnte auch die vielfalt die scheint mir zu stimmen und ja ich freue mich darauf dass man charakter auch endlich spricht spricht und ja also die 23 wesentlichen neuerungen spielerischer art zum ersten teil also zum ersten remake oder wie auch immer oder neustart ja spielerisch kann man sagen als eine der wesentlichen änderungen natürlich dass man die siedlungen richten kann und auch so eine art housing feature was da eben mit dranhängt und auch verteidigungsschlachten die allerdings optional sein sollen ja gut eine nicht unwesentliche änderung ist sicherlich auch dass es fahrzeuge geben wird die fliegen wobei da auch noch nicht hundertprozentig klar ist ob man die selbst besteigen kann oder ja zumindest dieses jetpack ding das kann man ja gut das jetpack ding ja aber das hat die reichweite interessant aber das ist natürlich aber das ist natürlich auch noch ein großes feature oder überhaupt ein großer bereich der in dem spiel zum tagen kommen wird eben dass man seine waffen selbst bauen kann dass man seine power armor da eben mit einem jetpack ausrüsten kann oder auch noch in vielerlei andere andere hinsicht verändern können sollen an seinen eigenen spielstil anpassen und wie das im detail aussieht das muss man halt wirklich noch abwarten ja aber ich glaube da freuen uns alle drei drauf das ist wirklich eine würdige nummer eins besetzung wobei man auch also von der top ten oder sagen wir mal top fünf fast alles auf eins auch setzen können glaube ich aber wir haben uns vorlaut vielen schieden insoweit vielen dank auch an euch dass er trotz chat lag hier nicht umgefallen seid dass er sicherlich noch habt und ja wir freuen uns über lob kritik und kommentare zu unserer e3 liste aber auch noch mal generell zu unserer e3 berichterstattung vielen dank dankeschön also ich sehe kein aber dann nachher outec material in massen vorhin kommt die nächste die sehen auch laut aus aber wir haben keine chance überlegte vorher welche drei bei